Also, ich wäre jetzt da und ich könnte theoretisch mal schauen was sie jetzt von mir wollen. Ah, ok, das war jetzt nicht unbedingt so. Naja, naja, naja. Oh, leid. Ach du, ah schloppt du! Scheiße. Ouch. Ja, ist richtig, jetzt kann ich auch nicht fliegen. Äh, da habe ich es kurz. Schauen wir mal, wo er ist, wenn er bei mir einen Tipp gegeben hat und ich es einfach nicht gelesen habe, aber auf alle Fälle einmal Prost, gut, echt. So, noch einmal. Ich wollte mich am Wasserfall treffen, aber da ist er nicht. Verlaufen wird er sich eigentlich nie. Wo steckt er nur? Am Wasserfall, das ist die andere Seite. Da hat sich sicher nicht verlaufen. Jetzt kommt er mir fertig. Ich will jetzt auch mal oben arbeiten. Ich werde dann wieder weg través. Na, ich hoffe nicht. Um es ein wenig zu tun. Ich glaube ja, der ist ja so sehr gut. Ich werde dann mit eurem Rechte zu tun. Was ist denn da? Ich werde dann noch mal drin gehen. Ist das nicht so gut? Ich werde dann noch mal woanders geben. Alter, greif doch den Scheiß an! Boah, du nerviger Typ, du. Ach, Prost einmal, du. Meine Güte. So, beim Wasserfall verlaufen tut er sich eigentlich nie. Da ist er! Hat er sich etwa verlaufen? Hey, was willst du von mir? Komm her! Hoppa! Ein Sneeble! Keine Ahnung was du bist. Auf alle Fälle bist du gleich in meinem Pokéball! Ein Sneeble! So, erzähl mir wer du bist und was du willst! Kenichi, vom Kruktionstrupp! Ja, bin ich! Eigentlich wollte ich mich über unser Fuß des Wasserfalls treffen, aber es fällt jede Spur von ihm! Nein, er ist auf der anderen Uferseite! Das ist so schwierig! Ja, ist ja best! Ein Sneeble! Ein Sneeble! Sure, sure, sure! Das wird's geil, Alter! Voller Leben geschossen! Hey, wer bist du und was willst du da? Superbar! Superbar! Und? Wie schauen wir aus? Kampf! Schlambombe! Wie, das war nicht so der Birner, aber ich hab's nicht Glück! Ich hab's nicht Glück! M.R.P. Schockiert das! Das ist mir sehr scherzi, guy! Schweres Exemplar gefangen, ja, ja, ich bin ein fetter Typ, heißt das. Äh, da vorne, neue Nebenmissionen, die Errichtung, also, so, ja, das kennt ihr eigentlich auch, äh, misert irgendwie auch mal. Hab ich nicht gemacht, mein Fehler. Noch eine Schnäppke. So, Lady in Violet, was hast du für mich? Ja, wir sind die coolsten, da hast du richtig gehört, eher natürlich. So, passt. Ein vollständig Pokédex-Einkraber, was habt ihr denn mit eure vollständigen Pokédex-Dinger, Alter. So zufrieden mit Ahn Eintracht. Oh, schadez noch eine. Oh. Vielen Dank. Ein paar Schuft. Nein! Okay. Okay. Das ist ein kleines Erwerb. Ach, komm doch, Alter. Barsch, ich bin wieder ein Kloon. Kalt, ihr Brüder, wie halten die Mitglieder des Pjörgleiters denn aus? Sie haben heizbare Unterwäsche. Scheißdreck. Ist fertig, komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Jawohl, Gipfelbasis, die neue Basislage ist verfügbar. Oh, das ist schon da. Oh, das ist schon da. Oh, ja, die Brüder ist für mich. Oh, das ist schon da. Ja, dann lass ich so eine Ballung jagen. Ja, gerne. Okay. Ja, kao, die Brüder! Oh, das ist schon da. Oh, das ist schon da. Oh, das ist schon da. Ja, beim Gehen. Boom. Boom. Man. Ah, schätze. Da ist noch ein Hammer, komm. Ma bitte. Das war's. 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 Das war's.